Hallo und herzlich willkommen hier zu Vitamin X, hier an meiner Seite Marvin Endres. Und an meiner Seite Salim Samadou. Boah, was war das wieder für eine turbulente Woche, was ist passiert? Puma hat offiziell den Sponsorvertrag der israelischen Fußballnationalmannschaft gekündigt, man. Ich bin schockiert. Was ist deine Reaktion da drauf geblüht? Puma hat den gekickt wegen dem Angriff auf Gas. Nein, nein, wir wissen nicht warum. Also warum, weiß keiner. Ich glaube, die haben sogar ein Statement gemacht, dass es explizit nichts damit zu tun hat, dass das sogar sehr lange schon geplant war. Aber würdest du als Puma-Chef, hättest du das jetzt richtig genutzt? Weil jetzt ist auf einmal Puma hart beliebt bei den Arabern. Jeder Araber rennt jetzt mit Puma rum und jeder hat dann halt gedacht, ich dachte, es wäre Puma, aber das ist es nicht. So und dann jetzt ist es natürlich, die sind natürlich so ein bisschen in der Bredouille, weil dann viele sagen, ah, das ist Tschade, sogar antisemitisch, weil Puma ist ein deutsches Unternehmen und die haben sehr viele Puma auch damals schon gezüchtet. Aber was ist deine Meinung dazu? Glaubst du, die hätten das besser teilen müssen oder hätten die eher abwarten sollen, bis diese Plagiatsvorwürfe mit Alice Weidel zu Ende sind? Die warten so ein bisschen, bis die Plagiatsvorwürfe, was hat die gemacht, die Weile? Nein, der nächste kam jetzt irgendwie so, der Doktortitel könnte gefakt sein bei ihr und jetzt überprüfen die das. Das machen die, da hauen die immer raus. Weil die gehen dann durch die Doktortitel arbeiten, gehen die immer durch von irgendwelchen Politikern alle paar Jahre. Aber jeder war ja schon mal einmal da drin. Und dann sehen die... Gut, die meisten haben den auch gekauft einfach, ne? Genau, aber die gucken dann die Arbeiten nach und dann merken die halt, warte mal ganz kurz, sie benutzt das Wort und sehr oft. Hier ist und, da ist und, da ist und, da ist nochmal ein und. Da ist auch ein aber, da ist auch ein sowieso. Diese Wörter gibt es ja auch in anderen Büchern und dann sagen die, das könnte Plagiats sein. Wir müssen wissen, hat sie dieses... Über der traue ich echt keinen Doktortitel zu, Alter. Und was wollte ein Doktor mit einer Hetze oder was? Ich weiß nicht, was sie hat. Doktortitel, gucken wir mal. Doktortitel von Alice Weidel. Das schockt mich hart, dass sie einen Doktortitel hat. Doktortitel Alice Weidelin. Bestreitet alles, Universität prüft Plagiatsvorwürfe, Plagiats. In was hat sie den Doktor, Alter? Ich will das unbedingt wissen, ich muss es wissen. Weil jeder von denen hat ja so einen Doktortitel. Merkel hatte ja in Astrophysik, das war heftig. So konnte sie so richtig gut, so Sternzeichen konnte sie so analysieren. Das war richtig heftig. Und danach hatte noch die... Hier, jetzt haben wir es. So, schauen wir mal, woher sie ihren Doktortitel hat. Sie war in China, krass. Die Begab... Okay, das lassen wir hier lösen. Äh, Universität, Betriebswirtschaftslehre an der... Okay, sie hat BWL studiert, im Juli. Dann arbeitet sie im Bereich Vermögensverwaltung bei Goldman Sachs in Frankfurt. Uh, krass. Anschließend schrieb Weidel eine Doktorarbeit beim Gesundheitsökonomen Peter Oberender an der Rechts- und Wirtschaftsfakultät in Bayreuth über die Zukunft des chinesischen Rentensystems. Alter, fett. Sie war ganz schön weit abgedriftet von da, oder? Die Begabtenförderung der Konrad-Adenauer-Stiftung hatte ihre Promotion gefördert. Für ihren Forschungsaufenthalt in China erhielt sie ein Stipendium des Deutschen Akademischen Austauschdienstes und Bundesministerium für Forschung. Aber ist das so wie dein Lebenslauf? Ist das einfach alles so zusammen... Wikipedia nicht? Jetzt wird die gefiegt, oder was? Wow. Ich würde gerne wissen, was da rauskam. Weil das ist ja voll interessant. Wie kommt man auf sowas? Aber vor allem, wie wird man dann so eine rechte Hetzerin, frage ich mich, von da aus geben? Das ist unglaublich. Und dann haben die halt gesehen, warte mal, China, die sind eh bekannt fürs Kopieren. Dann sind die hingegangen und jetzt prüfen die das. Na, wahrscheinlich werden die dann herausfinden, dass dann so... Was sollen da für Plagiatsvorwürfe sein? Wie viele Deutsche schreiben Doktorarbeiten über das chinesische Rentensystem? Na gut, Plagiat ist ja auch, wenn du Teile davon aus irgendwelchen anderen Schriften nimmst, weißt du? Ja, aber jeder Buchstabe gab's hier schon mal. Ich frag mich eh wie in Zeiten von Chat-GPT, was nicht mehr ein Plagiat sein soll. Also meine Sachen, die ich gemacht hab, Alter. Boah, Ticke, wenn ich so drüber nachdenke, Alter. Jede Sache, die man doch ab der Schulzeit gemacht hat, hat man doch immer versucht, von irgendjemandem abzuschreiben. So, weißt du? Alles, also vor allem, was für eine Verschwendung das war. Aber das ist halt wirklich interessant, Alter. Ich würde jetzt, also, ich hätte nicht... Also, wenn sie Podcast-Anfrage macht, Alter, ich würde sie so gerne befragen dazu, dass sie das chinesische Renten... Also, wie kommst du überhaupt da drauf? Du bist bei Goldman Sachs, machst du Vermögensverwaltungen, sie hat so Fonds von Milliarden, die sie so hin und her schiebt. Und dann, jetzt hast du die Chance auf einen Doktortitel. Womit willst du dich beschäftigen? Das Rentensystem. Das ist eine gute Idee, Frau Weidel. Denn das Rentensystem bei uns ist schon sehr auf klapprigen Beinen durch unseren demografischen... Das chinesische Rentensystem. Sorry, wie war das? Wir sind Chinesen. Okay. Dann geht sie da rüber. Was macht man da? Du gehst zu so alten Chinesen hin. Er, machst du Renten? Ist gut, Leke? Danke. Also, ich will nicht wissen. Das kann gar nicht Plagiat sein. Ich glaube, die ziehen sich irgendwas aus dem Arsch, Alter. Das ist zu spezifisch. Wäre das jetzt sowas gewesen wie erneuerbare Energien in Deutschland? Klar haben da schon ein paar Leute darüber geschrieben. Ja, aber wie gesagt, das reicht ja, wenn du aus irgendeiner Schrift, die es gibt, was rausnimmst, damit es ein Plagiat sein kann. Weißt du? Das ist einfach von irgendeinem Typen, irgendein Chineser, der das chinesische Rentensystem geschrieben hat, übersetzt darüber hauen, abwart. Ja, vor allem, wer soll das gemacht haben? Ja, irgendein chinesischer Sozialökonom oder so. Nein, aber was passiert dann, wenn das aufgeht? Was passiert dann? Okay, das ist abgeschrieben. Was passiert dann? Das ist ja immer das Gleiche. Das wird ja gemacht von den Gegenparteien, um die zu ficken, was ich in dem Fall natürlich begrüße. So, dass er immer gefickt wird. Aber das ist immer das Gleiche. Weißt du, jemanden an der Macht, dann guckt man, wie kann man eben einen reindrücken. Das ist ja wie bei Scholz, wo man, wie hieß es, den Cum-Ex-Skandal wieder aufkocht. Weißt du? Das ist ja, um den Kanzler zu demontieren, aber der hat es ja wirklich legendär geschafft, dich da rauszusneaken. Boah, hast du dieses Interview zur Lage der Nation von Scholz gesehen? War gut, ne? War gut. Hast du gesehen? War stark. 20 Minuten, da wirklich einfach nur so rumfloskelt, wird er so von zwei AD-Leuten in die Zange genommen. Alter, wie er ausweicht. Also der ist wirklich, ich hab noch nie, nicht mal Merkel war so gut im Ausweichen. Der kann wirklich perfekt ausweichen. Das ist irgendein Thema und er sneakt das dann so weg. Und am besten war, wie hat er das bei Merz genannt? Boah, Alter, pass auf, Merz wollte Scholz sowas reindrücken und hat der Scholz gesagt, ne, das war wohl gemerkt nur ein Macho- oder Macker-Move oder irgendwie sowas. Ein missglückter Macker-Move. Und dann schmunzelt er so. Das war das Krasseste, was er im ganzen Interview gesagt hat. Das heißt, deine höchste Emotion ist zu sagen, das war ein missglückter Macker-Move von Herrn Merz. Und ansonsten bei jedem Ding einfach nur ausweichen. Und ich glaube, ich hab's in einer anderen Folge schon gesagt, ich glaube nicht, dass der bis zum Ende an der Macht ist. Was glaubst du? Ey, ich finde definitiv, dass ich dem mal so einen Urlaub spendieren sollte, so in die Mongolei oder sowas. Was geht in der Mongolei? Alter, das ist so geil. Ich war letztens dort. Ne, wann war ich da? Vor einem Monat oder so. Das ist so crazy dort. Weil, wenn du in der Mongolei bist, ich weiß nicht, ich bin großer Fan von Pferdemilch und so. Und dort ist einfach alles nur aus Pferdemilch. Und so ein richtig geiles Getränk. Das ist wie so Kombucha. So ein bisschen. Die lassen das so gären, diese Pferdemilch. Und dann trinkst du das. Hat so einen leicht sauren Geschmack. Aber so süßlich im Abgang. Sehr viele Probiotika. Sehr präbiotisch. Kann ich auf jeden Fall empfehlen. Mongolischer Pferdekambucha. Richtig lecker. Das ist faszinierend. Das ist aber in Mongolei, was halt sehr wenige wissen, Alter. Wenn du dort so im Sommer, Herbst, Frühling bist, das ist crazy, weil da ist ja nur Steppe. Steppe bedeutet, es ist alles flach. Das heißt, die tagsüber, wenn die Sonne scheint, ist es übertrieben heiß. Und dann in der Nacht ist es übertrieben kalt. Und das ist krass, aber du rennst einfach rum mitten in der Nacht, wenn noch so Sonne da ist, so minus 13 Grad, aber du spürst es nicht mal. Weil die Luftfeuchtigkeit so trocken ist. Es ist nicht da. Es ist einfach so komplett trocken. Ergo überträgt sich diese Temperatur so langsam, dass du es gar nicht erst merkst. Das heißt, du rennst so eine halbe Stunde mit dem Shirt rum, bis du dann merkst, warte mal, es ist minus 13 Grad. Aber du spürst es nicht, weil das sich so langsam überträgt. Beziehungsweise ist das so gefeiert, Alter, dass ich dort war. Ich habe da gerne geplanscht. Das kann ich nur empfehlen, Leute, wirklich ein bisschen in der Mongolei Urlaub machen. Aber was hart mein Kopf fickt ist, dadurch, dass da nichts wächst und sowas, ist die Nahrung dort einfach genauso teuer wie bei uns. Aber die Leute verdienen so ein Trollstel davon. Das ist halt richtig sehr, 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 sehr traurig in der Mongolei, dass die das für das meiste, für Essen ausgeben müssen. Das war halt so das zweitraurigste Land, wo ich so jemals war, wo ich so gesehen habe. Das war so sehr, 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 sehr mit Leid. Aber das schlimmste Land ist auch gleichzeitig das wenigst besuchteste Land der Welt. Wenn du mal raten willst, was ist so das wenigst besuchteste Land der Welt? Genau, Nummer 1 weißt du ja. Weißt du, was Nummer 1 meist touristisch besuchteste Land ist? Meist besuchte Land? Auf der Welt. Welches? Meist touristisch besuchte Land der Welt. USA kann es nicht sein, weil da dürfen viele nicht rein. Puh, sind die Ägypten oder sowas, Alter. Was willst du in Ägypten angucken, Alter? Ich habe keine Ahnung, wo reisenden Leute, aber es muss ja sein, wo alle hin dürfen. China wahrscheinlich. Ja, nein, Frankreich natürlich, Alter. Frankreich? Ja, Frankreich ist das meist touristisch besuchteste Land der Welt. Nummer 1, locker. Mit Abstand, wettlich, mein gehört drauf. Digga, jeder wollte den Eiffelturm sehen. Eiffelturm ist das berühmt-berüchtigste. Paris, Stadt der Liebe. Frankreich, Chardonnay, Gézé. Mach halt, Tipp 1. Nummer 1, meist besuchteste Land der Welt. Shit. Ja, ein bisschen Respekt, Alter. Rund 80 Millionen Touristen sind im vergangenen Jahr nach Frankreich gereist. Natürlich. Damit liegt das Land an der Spitze der Rang des Seländer. Jeder will Frankreich sehen. Puh, Alter, ich kann, aber darf da jeder rein? Natürlich. Okay, pass auf, was auf der 2, weißt du das auch? Auf der 2 ist USA. Spanien. Ach, echt? Ja, auf der 3 ist USA. Was auf der 4? Dann würde ich schon sagen, äh, Japan. Türkei. Was, Türkei? Ja, das ist eigentlich alles verzerrt. 50 Mille, dann Italien, Mexiko, Großbritannien, Deutschland, Griechenland, Österreich. Alter, Österreich Platz 10 sogar. Österreich, locker, wegen Wien. Ja, wegen Wien und so. Guck mal, ich hab, weil ich Ägypten gesagt hab, ich hab irgendwas gedacht, wo alle hin dürfen, weil du darfst ja mit vielen Pässen gar nicht nach Europa einfach so einreisen. Doch, aber die Polen verkaufen ja Visa. Hast du dich mitgekriegt? Die Polen verkaufen teilweise in afrikanischen Staaten und so, verkaufen die so Visa für Polen und dann können die einfach rumreisen, weil du brauchst ja nur für ein europäisches Land. Und deswegen ist Spanien und so auch in den Top Tens dabei dann automatisch, weil diese Leute, die da hinreisen, die haben meistens Europavisum, die machen so ein Europatrieb. Die fangen dann in Paris an und dann merken die erst, wie schnell ihr Budget aufgebraucht ist. Dann reicht's grad noch so für Spanien, weil das direkt dran grenzt und dann war's das und dann gehen die wieder nach Hause. Das ist so faszinierend, dass mehr Leute in Deutschland Urlaub machen als in Brasilien und so, ne? Ja, natürlich, Brasilien ist das größte Drecksshit, da hinzukommen. Ist ja Apokalypse. Allein geografisch da hinzukommen. Das Kopfschuss. Plus Brasilien ist voll teuer. Das hab ich auch nicht gewusst. Die sollen endlich mal diesen Freihandelsdeal machen. Die EU verhandelt seit 20 Jahren mit diesen Mercosul-Ländern, Paraguay, Uruguay, Brasilien, und Argentinien mit der EU für ein Freihandelsabkommen. Das wäre das erste Mal, dass diese Monroe-Doctrine endlich gebrochen wird, weil es gab so einen US-Politiker, Monroe, der meinte, wir müssen die ganze westliche Hemisphäre, also von Kanada oben bis runter nach Argentinien, darf niemand von den anderen Kontinenten damit interagieren, Handelsabkommen oder sowas haben. Damit wir diese komplette Hemisphäre, beide Amerikas, komplett US-dominiert sind. Alle sollen Dollar benutzen. Das war quasi die Idee von Monroe zur Zeit des Kalten Krieges. Und vor 20 Jahren wurde das das erste Mal aufgelockert mit der EU, weil die ein Freihandelsabkommen mit den Südamerikanern haben wollten. Dann werden die das erste Mal auch der Welt präsentiert. Wir erfahren ja nie was von denen, von diesen ganzen Südamerikanern, weil die halt so abgekapselt sind. Ich geh ab und zu nach Paraguay, aber das war's. Aber so rein, raus. Mit Handel geht da halt nicht viel, außerhalb von Rohstoffebenen. Aber wenn die endlich mal einen Freihandel hätten, könnte man da auch so ein bisschen Supply Chains miteinander optimieren. Was auch sehr gut ist, weil jetzt vor allem, wenn diese ganzen Märkte wegbrechen, für die Deutschen zum Exportieren und sowas, ist gut, wenn man einen südamerikanischen Kontinent hat. Weil jeder von denen hat köstliche Demografien. Jetzt vor allem mit dem neuen argentinischen Premierminister, der will auch jetzt unbedingt mehr Handel treiben mit den Europäern. Der will US-Dollar einführen, ne? Ja, aber das ist ja eh de facto schon US-Dollar, weil die haben, die meisten Argentinier sparen ja ihr Geld in US-Dollar. Und der will jetzt alles wegkicken. Der hat die Hälfte der Minister rausgekickt. Der will jetzt komplett, dass alles auf Dollar umgestellt wird. Und deswegen geht er jetzt die ganze Zeit in die USA und muss da versuchen, das durchboxen. Der ist auf jeden Fall ein Politiker, der es wirklich will. Der versucht es richtig. In Paraguay sind doch alle glücklich über den. Das ist wirklich heftig. Das ist für so eine krasse Zeit. Dieser Kontinent muss endlich ein bisschen Leben reinkriegen. Dann hat versucht Venezuela, hat versucht einen Krieg da fast anzufangen. Die haben irgendwie Truppen mobilisiert an die Grenze von Guyana. Die wollten irgendwie annektieren und dann haben die jetzt doch sich, glaube ich, friedlich geeinigt. Und so dieser ganze Kontinent ist so mit voller Action. Aber es hat eingegrenzt, weil die mit niemandem Freihandelsabkommen haben. Das hat Jaddy. Und der Scholz versucht es auch unbedingt. Der Scholz hat auch gesagt, ich will unbedingt den Freihandel mit den Mercosul-Ländern will ich järfen. Und ich hoffe echt, dass das klappt, Alter. Weil das könnte dem Ganzen nochmal so einen schönen wirtschaftlichen Schwung geben. Acai-Preise würden fallen extrem, weil dann müssten die das nicht jedes Mal mit so teuer Zoll-Importen machen. Das wäre günstiger. Und da bin ich echt froh darüber. Weil das ist das, was ich sehr, sehr hoffe für die ganzen Südamerikaner, dass die das Jaddy. Vor allem für einen Acai-Konsumenten aus der Schweiz, den wir kennen. Ein einziger Typ, der das macht. So Acai-Fondue. Das wäre halt richtig, richtig künstlich. Aber was ist jetzt das wenigst besuchteste Land der Welt? Weißt du es? Das wenigst besuchteste. Ja, Frankreich haben wir. Boah, es gibt so kranke Länder, so Djibouti und Madagaskar und so eine Scheiße. Nein, die sind ja viel besucht, Alter. Was denkst du? Warte mal, Vici warst du schon, das wird so einfach. Boah, Grönland, weiß ich nicht, besuchen das viele. Ja, bestimmt auch noch, ne? Viele sogar. Was gibt es denn für Länder, Alter? Wenn ich mir dieses Globus, du sagst heiß und kalt, okay, drehen wir den Globus. Ist warm da, kalt? Wie warm, kalt? Du kennst das nicht, Topf schlagen? Hast du das Kind nie gespielt? Achso, ich soll so lange, diese Zuschauer, sie sieht das doch eh nicht, aber, warte kurz. Bam. Siehst du das? Pazifischer Ozean. Bam. Das ist da unten, Fiji ist da unten? Nein, Fiji ist voll oft besucht. Fiji gehen ja alle hin. Fiji ist ja das Mallorca von den Neuseleuten. Ach, da mittendrin gibt es so eine kleine Insel, oder was? Ja, ja, hier, hier, dieser Bereich. Okay, sag's mir, aber ich seh nix. Nauro, Kapitän, das hättest du wissen können, Alter. Nauro? Nauro, Alter, das hätte jeder gewusst. Ich werde, mit dir alle Hörer gerade sind so... Ulix ist, Ulix ist. Sag doch Nauro. Hier. Warte. Warte, sag's dir sofort. Warte, drei Sekunden, ich muss nur Fiji finden. Ah, hier. Warte. Nauro. Nauro. Ist das ein eigenes Land? Eigenes Land, die haben sogar eigenen UN-Sitz. Das ist krass. Du kannst Google wenigst besuchtest das Land der Welt. Dann kommt direkt Nauro. Ich hab das besucht, wenn ich in Fiji war, das größte Haufen Scheiße, den die Welt jemals gesehen hat. Ich hab noch nie... Also, die hätten es nicht mal verdient, überhaupt. Also, das ist wirklich das größte Haufen Scheiße. Hast du gesehen? Wie ist denn der Anzahl der Besucher in Nauro? Tuvalu steht da. Nein, das ist nicht... Tuvalu ist noch nicht auf 1. Hier, Liste. Krass, ich hab sogar einen Artikel. Das sind die am wenigsten besuchten Länder der Welt. Pass auf. Also, wir haben Platz 13, Lichtenstein. 97.000 Touristen. Platz 12, San Marino. Platz 11, San Vicente und Grenadine. Platz 10, Ostimo. 9, Anguilla. 8, Tongo. Ne, Tonga. Sorry. 7, die Kumoren. 6, Salomonen. 5, amerikanisch Samoa. 20.000 Besucher mehr. Platz 4, Niue. Platz 3, Montserrat. Nur noch 8.000 Touristen. Digga, ist ja bei deiner Show schon mehr. Platz 2, die Marshallinsel. Und Platz 1, Tuvalu. Nur 2.000 Touristen im Jahr. Was für Affen. Google mal jetzt. Machen wir kurz Pause. Deswegen können wir kurz mal Fake News aufdecken. Jetzt Google mal. Nauru, jährliche Besucher. Ich rede mal das. N-A. N-A-U-R-U. Nauru. Und jetzt jährliche Besucher. Warte mal. Jährliche Besucher. Was ist das? Und, was steht da? Nauru erhält etwa 402 tägliche, 12.000 monatliche, mehr als 144.000 jährliche eindeutige Besucher. Ist das dein Ernst? Ja, ja. Jetzt hat dir irgendein Touri-Typ wahrscheinlich reingedrückt und gesagt, hey, wenn du mitkommst, hier ist das Land mit den wenigsten Besuchern. Ich bin gerade komplett schockiert. Nauru. Und das hat im Monat schon mehr als die anderen Leute. Nauru. Jetzt bin ich gerade komplett schockiert. Nauru liegt nur wenige Kilometer südlich des Äquators. Das Land war einst Kolonie von deutschen Neuginäern. Phosphat ist der wichtigste Rohstoff des Landes. The world's least visited country. Guck doch hier, Alter. Warum kriege ich denn diese Scheiße hier? The world's least visited country with just 200 tourists per year. 200 ist Nummer 1, Nauru. Ich weiß nicht, was du gegoogelt hast. Überall, überall gibt es Videos. The least visited country. Nauru, Nauru, Nauru. Es gibt nur 200. Überall. Guck, deswegen müsst ihr CyberGhost VPN nutzen, Leute. Er nutzt diese deutschen Rattenpiss-Infos. Da steht dann irgendeine Rattenpisse, wo das nicht mehr existiert. Und bei mir mit meinem VPN, was auf Nauru gestellt ist, steht hier offiziell the world's least visited place. Krass, guck, wenn ich hier ... Einfach auf Englisch suchen. Vergiss das Deutsch. Ja, wenn ich auf Englisch suche, steht hier tatsächlich ein Travelbook, Telegraph. Verunsich gerade zwei Versuche pro Jahr. Ja, guck mal. Bei einem anderen Artikel stammt was von ... Ja, weil das deutsche Sprache ist. Du hast diesen deutschen Sprachen nicht mehr vertrauen. Diese deutsche ... Jeder Typ, der nur Deutsch kann. Du bist verloren. Hör das gut zu. Wenn du nur Deutsch kannst, bist du verloren. Kannst niemandem mehr glauben. Bist in deiner eigenen Schwurbelwabbel. Krass, wenn ich auf Englisch suche, findet man ganz viele. Natürlich, das ist bekannt. Weltrekord ist das. Nauru gibt es sogar damit an. Niemand kommt uns besuchen. Hahaha, wir sind ein Ratenloch. Ich bin richtig stolz da drauf. Ja, hier ist tatsächlich ein englischer Artikel, wo es auf der 1 ist. Nauru. Weißt du, wer der ... 160 Besucher. Sogar noch weniger. Siehst du, die haben sogar 40 noch gekillt. Krass. Das ist der größte Ratenpiss. Oh, ich bin da hingeflogen. Weißt du, wie anstrengend es ist, da hinzugehen? Du musst so dreimal umsteigen. Du fliegst von Fiji runter nach Tuvalu. Da musst du von Tuvalu aus so einen Propeller-Express nehmen. Darunter. Und die fliegen nur einmal pro Tag hin. Das ist der größte ... Also eigentlich müsste das ein Gefängnis sein, anstatt ein eigenes Land. Aber, was man denen zuguteißen muss, die haben das qualitativ beste Phosphat-Vorkommen der Welt. Hatten die. Das ist auch mittlerweile aufgebraucht. Die hatten mal und hatten kurzzeitig das größte, das höchste Pro-Kopf-Einkommen der Welt, hatten die mal. Aber das Bittere ist dort. So besaß laut wieder jeder Haushalt mehr als zwei Autos und die ärztliche Behandlung war kostenlos. Richtig. Grund des hohen Reichtums. Genau. Und jetzt mittlerweile sind die die Rate mit der größten Fettleibigkeit pro Kopf, mit der größten Diabetes-Rate pro Kopf und größte Crack-Sucht pro Kopf und größter Frauentausch-Konsum aller Zeiten, auch in Nauru. Das wird größter Haufen Scheiße. Weil deren Lebensmittel ist nur Fertigprodukte. Also die haben nur so Militäressen. Kennst du das, wo so Dosen sind mit voller Konservierung? Die haben nur das in den Supermärkten. Nur das. Frisches Obst und so gibt es da kaum. Die fragst du halt, wie viele Supermärkte es gibt. Die haben 11.000 Einwohner, Alter. Genau. Es gibt nur so einen, also ich würde das jetzt nicht Supermarkt bezeichnen, eher so Crack-Markt. Und das nur so Fertigprodukte. Diese Lage fickt einen komplett. Du siehst die Lage auf der Karte, Alter. Ist ja wirklich viel entlegen, der geht ja nicht mehr. Genau. Und du glaubst, die haben keinen direkten Flughafen zum Nählen. Das heißt, du musst von Fiji nach Tuvalu und dann nochmal irgendein Bratending. Und dann gibt es so einen Propeller. Da landet der Flieger übrigens auch nicht. Du wirst einfach rausgeschubst aus dem Flieger. So falsch hier musst du landen. Und dann musst du irgendwann mal wie so ein Batman-Ding musst du von so Helikopter abgeholt werden. Ich frag mich, wie die ersten Menschen da gelandet sind irgendwann. Nein, die sind da wahrscheinlich geboren. Die sind halt geschwommen. Dachten so, ey, ich wette mit dir, ich finde keinen Ort, der beschissener ist, als da, wo ich jetzt bin. Challenge accepted. Hingegangen, Nauro. Deswegen, der glücklichste Mensch dort ist der Botschafter. Weil der darf in der UN sitzen, um bei allem sich zu enthalten. Weißt du, was witzig ist bei Nauro? Ich liebe diese Liste. Ich liebe einfach diese Liste. Guck mal bitte. Ich schwör, ich sterbe bei Nauro. Das ist einfach viel zu witzig. Warte. Warte, das musst du dir angucken. Guck mal. Es gibt so eine Liste. Die haben mir gesagt, hey, das mit Gaza ist gerade so am eskalieren und so. Und dann haben die in der UN so ein Votum gemacht. Wer ist jetzt dafür, dass wir einen Waffenstillstand haben? Dass einfach das Abschlachten aufhört. Und dann haben, 153 Länder, also, die haben Fragen in der UN. Wir stimmen jetzt ab für einen Waffenstillstand in Gaza. Also, wer will, dass in Gaza Leute weiter gekillt werden? Also, verstehst du, was ich meine, was Seasfire bedeutet? Seasfire bedeutet, keine Waffen mehr. Es soll nicht mehr geschossen werden. Und dann sind da alle Länder, 200 in der UN und dann fragen die, okay, wer will, dass wir weiter schlachten? Und dann gab es nur 10 Länder, die gesagt haben, ja, bitte weiter schlachten. 10. Jetzt raten wir mal. Sag mal die 10 Länder. Ja, eins natürlich, Nauro, dieses Fickland. Weil Nauro natürlich sagt, ey Bastarde, wir sind so gefickt, wir wollen auch das andere gefickt werden. So, Nauro ist wirklich dafür. Also, Nauro sagt, bitte weitermachen mit dem Schlachten. Bitte. Russland? Nein, was für Russland? Nein, nicht Russland. Als nächstes gibt es noch einen Tipp. Paraguay, was ist los mit euch? Also, Paraguay und Nauro haben gesagt, bitte weiter schlachten. Wer noch? Paponoguinea natürlich, weil die sind ja Kannibalen, die sagen sich, ey, könnt ihr was schlachten, aber dann bitte in Boxen machen, zu uns schicken. Wir haben Hunger. Gut, dass die können Fragen das Abkommen haben, Alter. Kannst wirklich froh sein. Kann die, kann die, kann die Ballensteaks auf der ganzen Welt vernaschen. Dann, Mikronesien, das ist auch, die sagen, ey, ich hab ein Mikrobimmel, bitte schlachten. Also, dann geht es weiter. Liberia natürlich. Jetzt ist Liberia dieses, in Afrika dieses, also eigentlich auch, glaube ich, Kannibalen. So, jetzt Guatemala. Macht schon Sinn, weil Guatemala, natürlich USA natürlich, USA sagen auch. Auf geht's vor, noch ein Tor. Israel natürlich selbst, die sagen, ja, würden gerne noch weiter schlachten. Aber jetzt kommen zwei, die sind sogar in Europa. Musst du raten, wer von Europa könnte das sein? Ungarn? Nein. Europa. Aber richtig Europa, nicht so Moldawien oder so, so Fake Europa, so Lettland, sowas würde ich hier nicht sagen. Nein, die Holländer sind doch, die Holländer haben doch Den Haag, Alter, die müssen sowas doch nicht machen. Ja, aber die haben doch jetzt diesen Wilders, deswegen. Ja, aber der Wilders will ja die Marokkaner raushaben, das bringt ihm ja nichts, wenn irgendwo anders marokkanisch aussehende sterben. Das bringt ihm ja nichts, den Wilders. Der sagt ja nichts, gut, bei euch ist einer gestorben. Schweden? Nein, was für Schweden, Alter, Schweden sind doch Diplomaten, Alter. Polen? Nein, Polen sind doch nette, die haben doch niemanden bei sich. Was gibt es denn für Bösewichte bei uns, Alter? Du würdest niemals drauf kommen. Schweiz, ich sag's dir, Tschechien. Tschechien? Tschechien. Tschechien, der auch so. Ich hab bis gerade vergessen, dass es Tschechien gibt, Tschechien war ich einmal im Casino und zweimal tanken, das war's. Nein, aber es gibt tatsächlich. Tschechien ist wirklich so ein kompletter MPC von Land. Ich hab kaum, dass man vergisst, komplett, dass es die gibt. Tschechien. Ich denke, ich hätte wirklich noch Belgien, Italien, ich hätte Griechen damit reingeholt, Liechtenstein, Samarino. Hätte eher Andorra gesagt, Alter. Ich wusste nicht mal, dass Tschechien noch stimmberechtigt ist, Alter. Ey, dass Nauru überhaupt da sitzen darf. Also das ist heftig. Ja, Nauru kann ich nicht verstehen, aber Tschechien, Alter. Also Flugkosten allein sind ja das BIP von Nauru. Komite Bruttoinlandsprodukt geht dafür drauf, dass dieser Typ dahin fliegt und abstimmt. Okay, Leute, hier ist unser Staatsetat. Könnt ihr mal den Flug für ihn buchen, damit er sich melden kann, dass in Gaza kein Waffenstillstand sein soll? Kommst du zurück? Und minus fünf. Weiß minus fünf. Unser Budget ist aufgebraucht, Sir. Das war's, das ist das ganze Land. Das ist schon krass, ne, dass irgend so ein Nauru-Willi dafür abstimmt, dass Leute getötet werden. Was ist der überhaupt da sitzen darf, der Typ? Voll fett gefressen, frisst nur so Dosen Ravioli ohne Ravioli drin. Der frisst nur so die Dose. Was, Abschlag? Ja, so gut Abschlag. Der hat natürlich gar nicht zugehört, der meldet sich einfach mittendrin. So, es blinkt so bei ihm. Achso, ich hab gedacht, nur so ein Ravioli bestellen. Achso, oh, kannst du zurückziehen? Guck mal, Leute, wenn ihr gerade auch in der Uro seid und keine Ravioli essen wollt, dann hab ich was für euch. Österreich. Unseren Werbepartner. Österreich. Österreich ist auch dabei. Dein Handy ist gerade leer gegangen, wer hat das denn? Achso, Österreich ist doch scheiße. Genau, Österreich war auch auf dieser Liste. Österreich. Wenn ihr, ich hab grad so eine geile Überladung, die Werbung gemacht. Achso, was wolltest du sagen? Ich hab gesagt, wenn ihr keine Ravioli essen wollt, Leute. Achso, genau. Also, wenn ihr viel Ravioli essen sollt, aber es ausgleichen wollt, dann? Unser Werbepartner der Woche. Vitamin X Werbung. Diese Folge wird präsentiert von AG1. Und jetzt die Frage an dich, das Jahr nach sich dem Ende zu, Salim, wie war dein Jahr mit AG1 bisher? AG1 war so toll dieses Jahr, denn dank AG1 fühle ich mich immer so frisch, denn die Nährstoffe da drin unterstützen meinen Energiehaushalt, meine Nägel fühlen sich gesünder an, denn da AG1 Nährstoffe enthält, die diese ganze Vitalität und den Stoffwechsel unterstützen. Und das merke ich auch jeden Morgen, ist es mittlerweile fester Bestandteil meiner Routine geworden und ich liebe es einfach besonders bei den B-Vitaminen, dass das bereits die bio-verfügbare Form ist von AG1, die ich sehr gerne nutze. Und ich nutze es sogar teilweise morgens und sogar kurz vorm Schlafen gehen, damit ich einfach ein gutes Gefühl habe. Wie ist es bei dir? Ja, ich nehme es auch, dank dir, jetzt schon ein halbes Jahr und ich liebe das Zeug. Also, ich nehme es jeden Tag und das Krasse ist, normalerweise, wir hatten ja in der Vergangenheit immer den Classic Deal und jetzt haben wir einen besonderen Deal für die Weihnachtszeit, den kennt ihr seit Nikolaus, der läuft seit letzter Woche und er läuft noch bis Weihnachten. Ihr kriegt beim Abschluss von dem AG1 Package nicht nur AG1 und diesen freshen Shaker, sondern, was kriegen Sie noch dazu, aber Sie kriegen legendäres, lippenbefeuchtendes, nippelaufreibendes, legendäres Omega 3 mit einem übertrieben hohen EPA und DHA-Gehalt. Man kann sich gar nicht genug vorstellen, wie wichtig das ist, das täglich zu konsumieren, Omega 3. Denn in unserer modernen Zeit werden wir bombardiert von pro-entzündlichen Ölen. Omega 6 ist versteckt in allem, was wir essen, aber die anti-entzündlichen Sachen wie Omega 3 ist in nichts. Es ist so selten zu finden und wenn du mal Fisch essen willst, dann ist der voll geknallt mit Schwermetall und irgendwelchen Plastikresten und Dreck und deswegen ist es so wichtig, eine verlässliche Form zu haben. Denn wenn eine Sache, die die ganzen blauen Zonen gemeinsam haben, da wo die Leute über 100 werden, in Sardinien, dann diesem Mittelmeer entlang, dann ist das der hohe Omega-Konsum und deswegen haben wir AG1 nach langem Verhandeln und Drücken für euch rauskitzeln können, dass die euch auch feinstes Omega 3 mit hohem EPA-Gehalt zur Verfügung stellen und bitte nehmt das täglich auf nüchternem Magen als erstes zusammen mit AG1, denn diese Crash-Kombo sorgt einfach dafür, dass ihr gesund und anti-entzündlich in den Tag startet, sodass ihr dann diese täglichen Entzündungsschübe, die dann über den Tag verteilt kommen, besser balanciert könnt. Genau, auf drinkag1.com slash vitaminxomega3 den Link findet ihr hier in den Shownotes, genau wie die einzelnen Vorteile der Nährstoffe, die gesundheitlichen Vorteile, alles an Infos und wie gesagt, den Link drinkag1.com slash vitaminxomega3 findet ihr hier unten. Und jetzt viel Spaß mit dem Rest der Folge. Abfällt. Vitamin X Werbung Ende. Boah, ja, Alter. AG1 ist auf jeden Fall besser als diesen Fraß, in die sich dann Nauru rechnen. Ja, Nauru ist auf jeden Fall geklappt, Geldkörbsschüss. Ich wette bitte, das müssten die so als Strafe machen. Also das würde ich als Strafe nehmen. Ein Urlaub nach Nauru. So eine Woche, dann kommst du zurück und küsst so den Boden in Deutschland. So ein Gefühl hat man oft in Nauru. Als ich dort war, wirklich wollte ich direkt abzischen. Das Schlimme war, man kann nicht umsteigen. Der nächste Flieger geht erst in zwei Tagen. Zwei Tage lang dort, musst du so doofen, wie ruhig ist. Kleine Phosphorinsel, ne? Nix, also das Phosphor ist ja schon weg. Das ist das Problem. X-Phosphor. Ja, aber das Problem ist, es gibt so Länder, die wissen, wie man mit Wohlstand umgeht. Zum Beispiel Kataris. Die haben Gash durch Gas. Die wissen, zu jeder Zeit, wenn Iran sich umentscheidet, war es das mit uns. Wenn einmal die Saudis angepisst sind, war es das mit uns. Was haben die deswegen? Katar ist der größte eigenständige Investmentfonds der Welt. Denen gehört die Hälfte von Bayern, München, Hälfte von Allianz, Hälfte von Deutsche Bank, Real Estate. Ja, Hälfte von Bayern, München gehört denen nicht. Ja, aber Real Estate. Weißt du, was ich meine? Die investieren. Weil die wissen, es wird irgendwann eine Zeit geben, wo wir keine Rohstoffe mehr haben. Dann müssen wir uns aufstellen. Tourismus, wir machen die WM hier, wir nutzen das. Und Nauros kaufen einfach für jeden vier Rolls Royce. Und jetzt sind die pleite und obdachlos. Das ist einfach raten. Die sitzen da. Danke fürs Gash. Du kriegst ein Auto, noch ein Auto. Ihr fahrt was willst auf so einer kleinen Insel mit vier Autos, Alter. Da ist nicht mal Platz für vier Parkplätze, weißt du? Die stapeln da einfach ihre Autos wie so Vollidioten. Ich war wirklich dort, hab mir wirklich gedacht. Die Leute waren nur so am See, haben so Fische, also waren nicht mal Fische, die haben so Stiefel so gegessen. Und da war ich so, Alter, ich kann so froh sein, dass ich aussehe wie die, weil die sehen nämlich nicht als Nahrung. Ich hab auch so versucht, so wie die zu sein. Das ist das Gute bei Nauros, Alter. Wir müssen uns mehr auf Rassismus bei diesen Pazifischen hier fokussieren, weil da wird uns niemals jemand ans Bein pissen. Letztes Mal bei Shayan, bei Shayan. Den Aufruf dazu gibt es, rassistisch gegenüber den Schwächsten zu sein. Ja, scheiß doch. Du bist der Allerreudigste. Scheiß doch auf diese Marshall-Inseln-Penner. Marshall-Inseln-Penner. Diese Tuvalus, Alter, die können mir hart die Nüsse sacken, weil das letzte Mal habe ich beim Shayan so aus Spaß haben wir über Slowenien gehatet und Slowakei, auch mit demselben Prämisse wie du mit Tschechien. Ich wusste nicht, dass es das wirklich gibt. Viele Shitstorms bekommen, da waren noch ein paar, weil die Leute das so ernst haben, wir meinen doch nichts von dem, was wir sagen ernst. Ja, aber stell dir mal vor, du bist eine stolze Slowenia und du hörst das. Ja. Und du hörst, wie so zwei Untermenschen, wie so zwei Nauruaner sich über dich lustig machen, dabei hast du voll den schönen Brunnen und sowas. Denkst du dir auch, glaubst du, der Brunnen baut sich hier von selbst, du Pisser? Was für ein Wichser, was denkt dieser Marokkaner, wer ist er? Also ich rufe mal Wilders an erstmal, jetzt hätte ich wieder abschiebt, du Penner. Aber hier diese Pazifische... Ich glaube, die Marokkaner sind auch schuld, dass Wilders an die Macht gekommen ist. Die haben so viel Kokain drüber gejunkt, über die Grasrouten. Ich schwöre, diese Samoana-Kook-Inseln, scheiß doch auf diese Typen dort, Alter. Aber Nauru ist mit Abstand der größte Haufen Scheiß. Aber es war gerade faszinierend, oder mit den Infos? Ich glaube, das ist unser Stresskonflikt immer. Dass du gerade auf Deutsch etwas suchst und du findest die Info einfach nicht. Eine andere Info bestimmt anders. Aber zusätzlich zu der Info, die du nicht findest, gibt es noch eine Fake-Info. 10.000 Besucher hat Nauru. Da wohnen ja nicht mal so viele Leute. 11.000 wohnen da, ja. Genau, 11.000 und du hast gerade eben einen Artikel gelesen, wo da steht. Ich habe halt den ersten genommen, was da steht. Meistens stimmt es ja bei Google auch. Ah, okay, hier 10, 11. Besucher. Das ist ja keine Wissenschaftleranalyse. Ich habe zwei Sekunden Zeit, gucke kurz nach. Hier werden wir dem Mix. Ja, aber wie viele machen das? Zack, zack. Das ist ja Fact-Checken, was du gerade gemacht hast. Ich hätte gesagt, 200, sage ich. Und dann googelst du, Hundescheiße, und dann auf einmal kommt, äh, nee, das ist falsch. Und dann bist du raus. Das war's. So, das war Fact-Checken. So funktioniert Fact-Checken. Du googelst, Hundescheiße. Deswegen, Leute, wirklich, wenn ihr euch einen Gefallen tun wollt, dann macht es einfach nur so, wenn ihr etwas googelt, ihr könnt es ruhig googeln, aber dann bitte in der Sprache der Menschheit. Englisch, Leute. Nimmt euer Deutsches. Wirklich, einfach nur damit, damit ihr nicht endet, wie der Marvin, der gerade guckt, wie so, wie als hätte er Concussion. Äh, dass du nicht, nimm das Deutsche, übersetzt es einfach nur, wenn du kein Englisch kannst, google es, dann auf Englisch, finde den Artikel und übersetze ihn dann zurück auf Deutsch. Dann bist du besser dran, dass du diese Hundescheiße von Müll, den er da liest. Weißt du, was ich krass finde? Guckst du über Wikipedia, Kultur, wo es losgeht? Die frühe Kultur Nauros basierte auf den zwölf Stämmen. Ein gemeinsames Oberhaupt über alle Stämme gab es nicht. Jeder Stamm hatte seine eigene Abstammungsgeschichte. Ist ja logisch, wenn es ein Stamm ist, Alter. Ich komme von der Küste. Ich komme von dieser Küste. Jeder Stamm zerfiel noch in einige Familien, von denen jeder ein besonderes wappenähnliches Erkennungszeichen besaß. Die Angehörigen der Stämme verteilten sich auf vier verschiedene Rangklassen namens Temonibe, halte ich fest, Emo, Amenengame und Endgame. Also, warte mal, Emos habe ich da viele gesehen. Emos und Endgame hießen ja einfach. Emos habe ich viele gesehen. Daran schlossen sich zwei besitzlose Klassen an, die Itzio und die Itiora. Und die Junkiosis, die gab es auch. Bestimmt für die Zugehörigkeit zu einer Klasse bei stets die Klasse der Mutter. Das ist interessant. Das habe ich vorgelesen. Es wurde nicht nach Vater gemacht, sondern nach der Mutter. Hier. Bestimmt für die Zugehörigkeit zu einer Klasse bei stets die Klasse der Mutter. Bis zur Geburt eines Sohnes, der die Rangklasse der Mutter besaß, traten vorher geborene Töchter in die gleiche Klasse ein. Die nachfolgenden Kinder gehörten der nächstfolgenden Klasse an. Einige Themonibe hatten die Rechte über das Riff und Teile des tiefen Wassers und gestatteten die Fischerei gegen Abgaben. Dicke. Ah, krass. Das ist über die Mutter, das Vererbwohnung. Hast du sowas schon mal gehört? Ja, bei den Juden ist das so. Bei den Juden. Aber ist das auch sonst immer über den Vater, oder nicht? Nicht bei den Juden. Bei den Juden ist auch, wenn du zählst nur als Jude, wenn deine Mama eine Jüdin war. Sonst bist du keine Jude. Ja, ja. Bei den Juden ist es nur über die Mama. Aber es macht ja auch viel mehr Sinn. Denn Mutter ist ja ein Primärschlüssel. Weißt du, was ich meine? Es gibt ja nur Vaterschaftstests. Es gibt ja nie Mutterschaftstests. Bist du da draus gekrochen? Ja oder nein? So, es ist so eindeutiger geht's nicht. Du weißt, wer deine Mama ist. Vater könnte jeder sein. Wenn du im Kreißsaal rauskommst und du bist so einer Nauro, jeder könnte dein Vater sein. Ja, und dann musst du halt bei der Fischerei die Abgaben gestatten. Musst du bei der Fischerei? Das hab ich ja eben vorgelesen, dass die bei der Fischerei gegen Abgaben was machen mussten. Warte mal, warte mal. Das war, glaub ich, der Grund. Es gab doch mal so eine Theorie. Ein Mann kann mehrere... Das hab ich dir, glaub ich, mal erzählt. Ein Mann kann mehrere Frauen haben. Eine Frau kann nicht mehrere Männer haben. Das ist ja der Grund. Das könnte ja einer der Gründe sein. Für die Identifikation des Kindes. Wenn du ein Mann bist, der mehrere Frauen hat, dann weiß jedes Kind, wer der Vater ist. Aber wenn du eine Frau bist und du hast tausend Männer, dann ist ja Oliver Geissen. Endlevel. Ja, das ist richtig Endlevel. Keiner weiß, wer rauskommt. Du musst so angucken. Denkid, denkid, denkid. Und wenn das Kind so humpelt... Äh, ist nicht mein Kind, nicht mein Kind. Du musst diese Männer fangen. Äh, das ist dein Kind, Alter. Du musst dich jetzt auch um den Zyklopen kümmern. Nein, du hast nichts zu tun. Weg. Weg, weg, ah! Fuck, wir haben einen Nauruaner geboren, Alter. Weg, weg, weg. Fuck. Das ist von der Klasse der Grübel. Grübel. Ja, aber guck mal, du könntest das ganz einfach lösen. Und jetzt mal kurz, wenn ich mal ernst versuche, drauf einzugehen, auf die Hundescheiße. Ich tue mal so, als wäre ich nicht sah. Ja. Hey, aber das Leben, du kannst doch einen rothaarigen Mann nehmen, einen blonden Mann, braunen Mann, schwarzen Mann, weißen Mann. Fünf verschiedene. Und dann sieht man ja ungefähr, wie das Kind so grob. Ja, was ist das, wenn die Frau fucking schwarz ist? Jedes Kind immer noch gleich. Dann einfach gucken, ob er humpelt. Wer soll dann der Vater sein? Wenn er humpelt, ich nicht, Alter. Das ist nicht eine gute These, Alter. Du hast keine Chance, herauszufinden, wem das Kind gehört. Das wäre eine Begründung, ich wäre jetzt nicht Patriarchat oder sowas aufrufen. Natürlich sollte jede Frau liberal, kannst fünf Gurken gleichzeitig jonglieren. Das ist gar kein Stress. Ich supporte das halt. Ich habe sogar eine Stiftung gegründet. Das ist dieselbe Stiftung, die so Rentensysteme in China erforscht. Aber ich glaube, die Weidel jongliert nicht mal Gurken. Die ist lesbisch, oder? Die ist so heiß, Alter. Ich liebe einfach, wie sie aussieht. Sie sieht so hot aus. Sie hat so eine Sri Lankanerin. Es ist egal, was sie erzählt. Von wem redest du? Ihr Gesicht ist perfekt. Von der Weidel. Sie ist schachmatt. Sie hat alles schachmatt gesetzt. Guck mal, da kommt die. Wie kannst du die Weidel heiß finden, Alter? Sie ist eine Lesbe, Alter. Oh, sie ist eine Heldin. Warum? Weil sie keine Schwänzelusten hat? Nein, sie ist eine Heldin. Sie ist eine Lesbe. Sie ist eine von den Güten. Ach so, du meinst, weil sie so clever ist, einen auf LGBTQ. Nein, sie ist LGBTQ. Glaub mir. Ja, und dann gleichzeitig AfD, wie die ja für Einschränkungen sind. Das macht gar keinen Sinn. Deswegen hat sie das System ausgedrückt. Ihre Zähne sind perfekt. Wie sie redet, ist perfekt. Sie ist ja blond. Sie sieht aus, wie wenn du so eine woke Version, eine gleichgeschlechtliche, eine Frauenquotenversion von Hitler machen würdest. Genau. Geil. Jetzt sprechen wir die gleiche Sprache, genau. Sie ist einfach hot, wie sie redet, wie ein Riesenschuh. Und Quotenversion von Hitler, Alter. Ja, kennst du nicht diese Netflix-Verfilmungen? Netflix-Präsentation. Ja, wenn du quasi versuchen würdest, was zu machen, was man nicht canceln kann, weil sie ist ja bei den Rechten, aber du versuchst sie so ein bisschen so, die Schwänze so rauszuholen. Nein, nein, ich meine, wenn Netflix, ich meine doch, wenn Netflix, es gibt doch diese Memes, wo die sagen, wenn Netflix bestimmte Filme produzieren würde, aber woke sein sollen. Da kommt so The Last Samurai und das ist ein Schwarzer. Oder so die biografische Verfilmung von Jackie Chan und das ist so ein Rothaariger. Oder so Netflix präsentiert Hitler, starring Will Smith. Und das meinte ich. Und das ist dann diese feministische Version von Hitler. Wäre sie ja wirklich das Paradies. Sie ist ja so 1,85, so blonde Haare, perfektes Gesicht, perfekte Zähne, perfekte Haare, perfekte Haut. Sie ist einfach so das ultimative Herrenmenschbild. Sie ist riesig, wunderschön, redet perfekt, Doktortitel, also wenn sie den behält am Ende noch, sie ist einfach unargumentierbar. Also wenn sie an die Macht kommt, sage ich dir ganz genau, dass in den weltweiten Medien das richtig viral gehen wird. Ich wende aus, wenn die an die Macht kommen. First LGBTQ President. Und wenn du dann sie kritisierst, bist du homophob, Alter. Das wird genau so sein, Alter. Das ganze Spiel wird gegen sie dann benutzt. Sie bauen jetzt gerade dieses Gender- und Identitätspolitik auf und wenn sie dann an der Macht ist, wird sie alles flippen, mit deinen eigenen Waffen schlagen. Sie sind keine gute Kanzlerin, weil ich eine Frau bin oder weil ich eine Lesbe bin. Such dir deinen Cancel-Grund aus, du Hurenbock. Und dann, nein, nein, sie sind doof, sie sind... Wird alles abrasieren. Ich weiß nicht, wo du findest, dass sie gut aussieht. Sie wird alles abrasieren. Ist das verarschen? Also ich will eigentlich gar nicht auf so eine Oberfläche ebigen, dass ihr Politiker ist, nur noch nach Aussehen beurteilen. Aber Digga, die sieht doch aus wie Kör mit der Frosch auf Crack, Alter. Digga, du hast gerade einfach das schlimmste Bild rausgesucht, was ich finden konnte. Okay, dann nimm... Kannst du jedes Bild von... Nein, nimm doch mal was richtiges, Alter. Nicht, wo sie gerade Zyankali gebissen hat. Digga, du nimmst echt nur Fratzen, Alter. Was los mit dir? Nimm mal dir das richtige Bild, das Pressebild. Digga, was ist denn ein Pressebild? Nimm doch irgendein Pressebild. Irgendwas? Hier. Boah, darf ich mal sehen? Darf ich, kannst du mir nochmal... Egal welches Bild du nimmst. Geh mal hier durch, welches willst du nehmen? Oh mein Gott, Alter. Perfekt. For a moment like this. Diese Drecksdemagogin da wird, Alter. Digga, ihre Lippen sind sogar perfekt geformt. Digga, diese Lippen gar nicht gesehen. Digga, wie kannst du die so geil finden? Guck mal, ich kann den Künstler von der Kunst trennen. Ja, aber guck mal, wie kann man so eine rechte Hetzerin heiß finden? Nein, aber ich kann ja... Guck mal, ich höre ja auch keine Britney Spears Musik und ich finde es trotzdem attraktiv. Ich feiere jetzt ihre Musik nicht oder ihre Alben, die sie droppt. Aber von der... Wie sie aussieht, gewollt ihr? Guck mal. Wie meinst du, wenn sie die Fresse halten würde? Ja, aber Heidi Klumpf... Weil das, was sie redet, ist halt ekelhaft. Nein, ihre Stimme ist auch angenehm. Sie können es doch hören. Ja, aber der Inhalt ist ja scheiße. Ich sag doch, ich kann die Künstler von der Kunst trennen, gewollt ihr. Die Menschen von der Kunst trennen. Kunst ist Geschmackssache, aber sie als Person, weil es Interviews gibt, wie sie das so stehen... Weil er nur wo die zwei Meter groß ist, Alter. Riesig. Wunderschön. Sie mit dem... Wer ist der Blackrock-Typ? Merz. Wenn Merz und sie Kinder hätten. Digga, dann sehen die aus wie dieser Typ, den du kraftvoll an der Schulter gewischt hast. Nein. Die werden nur Dirk Nowitzki produzieren. Was für ein Planeten, du unterwegs bist. Merz und weiter so die hässlichsten, unsexisten Bastarde, Alter. Die sind deutsch, das ist original deutsch. Sie, blond, riesig. Merz, zwei Meter, Alter. Blackrock. Nur am Roasten. Ja, die kleinen Pachas hier auch. Die kleinen Pachas hier auch. Die Pachas. Zwei sind Dreamteam. Das wäre so. Wenn die jetzt, die müssten 2033 an die Macht kommen, die beiden. Ich glaube, das Kind, das da rauskommt, kannst du direkt in der Wahl ohnehin entsorgen, Alter. Nein, ich würde sie nach Tuvalu abschieben, dass sie da erstmal so ein freiwilliges, soziales Jahr... Hey, lass sie wirklich beide abschieben. Ich sag dir ehrlich, wenn die in der Konstellation an die Macht kommen würden, ich würde sofort auswandern nach Tuvalu. Nach Nauru, würde ich... Ich würde da auswandern und würde mich ein bisschen mein Lebensende von Ravioli ernähren. Das ist eine verfickte Weidel, Alter. Wird so schlecht, wenn ich die sehe. Wunderschön. Ich verstehe nicht, also ich benutze die manchmal so... Kennst du das, wenn du so... Das ist krass, das ist halt bei denen, weil ich halt so ein bisschen... Guck mal, in Fiji... Guck mal, der Unterschied zwischen uns beiden ist, du kannst das Werk von Künstler drin, von mir aus, aber wenn jemand so ein Hurenbock ist, dann packe ich es auch gar nicht, den noch als Menschen zu sehen, weißt du? Ach so, du bist direkt auf dem Himmler-Trieb, oder was? Ja. Krass, hast du gehört, was du gesagt hast? Komplett Himmler-Stein. Wenn ich diese Person ihre Ansichten nicht feiere, dann hat er für mich das Menschsein verloren und verdient es, der Endlösung hinzugefügt zu werden. Ey, hör auf, das sagt zu sagen. Das hast du gerade gesagt. Nein, nein, nein. Das hast du gerade gesagt. Du hast einfach gerade die Nürnberger Rassengesetze vorgelesen. Nein, nein, ich hab gesagt, ich kann... Nein, nein, hab ich nicht gesagt. Hör es auf, Mensch zu sein. Ich kann, äh... Das mit Mensch war hart. Eine Person, die ich inhaltlich nicht feiere... Ist ja kein Mensch mehr. Nein, ich könnte jemanden, den ich inhaltlich feiere, nicht fecken, das meine ich. Du willst die Weidel vernaschen, obwohl die so viel Scheiße labert. Dicke, sie hat fucking meine Cousine als Frau, Alter. Hast du, hast du ihre Frau gesehen? Ehrenmann. Weidel Ehrenmann. Sie ist Angelina Jolie mit Ehepartnern. Sie hat einfach, sie hat einfach diese, meine Cousine aus den Sri Lanka-Slums. Es ist so interessant, wie man so viel Crack... Dicke, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Auf jeden Fall, Österreich war gegen den Waffenstillstand. Österreich war dagegen. Das ist schon heftig. Österreich. Österreich, Israel, USA. Waren die richtigen Länder, die dagegen waren? Dann kommen die ganzen Länder, ich weiß nicht, ob man das Länder nennen kann. Ich glaube, es war einfach nur, ja, ihr dürft jetzt auch alleine spielen. Guckt mal, wie weit ihr kommt. Papua New Guinea, Nauru, Guatemala. Was denken diese Länder dabei? Die müssen doch links und rechts gucken und sehen, wer sich alles meldet. Ist ja wahrscheinlich einfach nur so ein Prank. Die sehen, wer ist dafür, dass das Abschlachten von Kindern in Gaza aufhört? Dann siehst du so 160 Arme gehen hoch als Nauruaner, der gerade noch so seine Dose lutscht. Und dann, wer ist dafür, dass man weiter Kinder schlachtet? Und sich dann zu melden? Ich würde echt gerne wissen, wer der Erste war, die sich gemeldet haben. Die melden sich so und dann, Österreich? Paraguay? Okay, ganz viel amelden. Danke. Möchten sie diese Nachricht so stehen lassen? Absolut. Game over. Zehn Länder. Österreich ist dabei. Österreich. Einfach, du musst doch checken, dass irgendwas falsch läuft, wenn von 160 du nur 10 bist. Aber das Bittere bei dieser Konstellation von Ländern ist, die haben nichts gemeinsam. Verstehst du, was ich meine? Ergo können die nicht, das ist nicht so, wie wenn Iran, Saudi-Arabien, Syrien für etwas stimmen würden. Du meinst, das sind einfach alle 10 irgendwie verpeilt gewesen. Die sind komplett random. Das ist ja wirklich, wenn du bei ChatGPT Random Generator spuck mir 10 Länder aus, dann kommen mir diese 10 raus. Nauru, Papua Neuginea, Österreich, Tschechien. Ist einfach random. Ist einfach so gewürfelt. Die haben wahrscheinlich so gelost. Außer jetzt bei Israel und USA. Das war ja safe, dass sie dafür stimmen. Aber die restlichen sechs haben die einfach so random rumgeworfen. Oder das waren alles Söhne von Alice Weidel und Friedrich Merz. Nein, das war wirklich heftig, Leute, wirklich. Als ich in Nauru war, ich war einfach nur glücklich, dass ich AG1 hatte. Ohne AG1 hätte ich echt nicht lang geschärft. Und da bin ich echt, echt dankbar über AG1. Und deswegen bin ich echt froh darüber, dass ich halt diesen, ich habe halt wie gesagt diese DNA-Analyse gemacht und das ist einfach nur Gold wert, Leute, wirklich. Das ist das Wichtigste, was ihr machen könnt. Wirklich, ich habe ja bei Patreon, bei diesem Programm, von diesen Personal Coachings, da habe ich da mit denen auch so DNA-Tests gemacht und dann haben die auch in so Rohr gespuckt und es ist fast hier, was dabei rauskommt, dass dann manche Leute bestimmte Vitamine nicht umwandeln können, dass die bestimmte Mineralien nicht aufnehmen können und sowas, dass all das, wenn das jeder Mensch einmal wüsste, wenn man so Steuergeld benutzen würde, das wäre gut investiert. Dann hätten wir auch viel weniger Kosten in unserem Krankheitssystem und viel weniger von diesen Nauruanern bei uns in Deutschland und das wäre viel, viel besser gebringt. Deswegen, sorgt auf jeden Fall dafür, dass ihr nie wieder auf Deutsch googelt, immer schön VPN machen und wie gesagt, Leute, seid nicht wie Marvin, wenn ihr mit Leuten nicht einer Meinung seid, versucht denen nicht, das Menschsein abzuerkennen. Du bist so ein Wichser mit das in den Mund zu bringen. Aber guck mal, würdest du zum Beispiel, stell dir vor, Putin wäre optisch genau dein Typ, würdest du dann mit Putin schlafen, über den? Ich würde nicht mal. Oder irgendwelche anderen Terroristen? Ab dem, wenn er optisch genau dein Typ ist, dann brauchst du gar nicht mehr weiterzureden. Es ist egal, was danach kommt. Ich könnte, egal wie sexy du ist, diese Weidel finde, ich weiß nicht, jetzt auch große Frauen, bla bla, ich könnte niemals so eine Demagogin vernaschen, selbst wenn das optisch genau mein Typ wäre. Niemals. Ganz einfach, Alter. Du wohnst in Paraguay, weißt gar nichts von Deutschland, kannst kein Deutsch, sie macht den Urlaub. Ja, aber sie macht den Urlaub. Wirst du sie vernaschen? Nein, Alter. Nein, dann weißt du doch nichts von diesem Demagogentum. Ich würde sie nicht vernaschen, nein. Doch, klar, wenn du in Paraguay wohnst. Nein, ich würde, du bist einfach nicht mein Typ gebrät, ich würde die auch schon gebrät. Nein, Alter, so ein bisschen brauner Duft um dir herum, das ist nicht so meins. Nein, es ist ein bisschen ekelhaft. Absolut wunderschön. Es ist wirklich ekelhaft gebrät. Es ist wirklich ein wunderschönes Gefühl. Ich würde lieber random würfeln und zehn Naruna aneinander vernaschen, Alter. Weißt du, was das Witzigste war, wo du so richtige rassenleere Vibes gespreadet hast, wo wir bei der Hochzeit waren von einem, ich will den Namen nicht sagen, da wo so ein schwarzer, so eine richtig krasse, blonde, das war so ein Blond, wo ich dich gefragt habe, ey, Gebrün, ist das gefärbt? Weißt du noch? Da waren wir bei der Hochzeit, dann hast du mir erklärt, Gebrün, diese Art von Blond, kriegst du nur über Jahrtausende reinrassige Kreuzung. Dann kriegst du das. Wenn du einen kleinen Tropfen Genveränderung reinmachst, wirst du dieses goldene Blond für immer verlieren. Und deswegen hat der Papa da drüben von ihr gerade eine Träne in den Augen. Das habe ich nicht gesagt, dass ich mit der Träne stelle. Ich würde diesem Menschen das Menschsein abergeben. Du bist so ein Wichser, sowas zu sagen. Nein, das war eine Geburtstag, das war eine Hochzeit von einem Freund von mir und da hat ein Schwarzer eine Blonde geheiratet. Das stimmt bis zu dem Punkt, wo ich gesagt habe, so blond ist man nur, wenn man niemals kreuzt. Aber alles danach war schon... das hast du mir gesagt. Du hast genau gesagt, dieses Ding bekommst du nur, weil es gibt ein verschiedenes Blond, das hast du mir erklärt. Du hast mir erklärt, es gibt dieses Straßenköterblond, wo du erzählt hast, da wurde sich das verfärbt. Wenn ich zum Beispiel mit so einer reinrassigen blonden Kinder kriegen würde, hätte man vielleicht noch eine 50-50 Chance allerhöchstens, dass man ein blondes Kind kriegt, aber so nach ein paar Generationen über Feierabend. Richtig. Aber das, was die haben, du hast ja gesehen, die Mutter hatte dieses goldenes Haar. Ja, aber die Mutter hatte goldenes Haar, Papa hatte goldenes Haar. Die Großeltern waren da, Gold, Gold, Gold. Das war einmal golden, das waren Goldbarren-Generationen. Dann kam das Rosé-Gold da noch mit dazu. Rosé-Gold war ein bisschen groß. Ja, aber dann weißt du, wer der Vater ist. Weißt du? Hä? Du weißt wenigstens, wer der Vater ist. Das ist nicht wie Nauru. Ja, aber das meinte ich jetzt ernsthaft. Das macht wirklich Sinn. Wenn eine Frau zehn Männer hat und das Kind kommt raus, mögen die Spiele beginnen. Wer hat... Oder du müsstest das genau timen. Weißt du, was ich meine? Du müsstest genau timen, wann. So, du müsstest so sagen, okay, Leute, in diesem Jahr darf nur der Günther mit mir Einsprung verursachen. Ihr anderen müsst Abstinenz üben. Günther soll den Einsprung verursachen? Ja, nur der Günther. So, dann wüsstest du es. Weißt du, was ein Einsprung ist? Nein, das weiß ich nicht. Der Günther soll den Einsprung verursachen. Ach so, sorry. Wie nennt sich das denn, wenn das gefruchtet wird? Wie nennt sich das denn? Digga, wir dürfen nicht mehr nachts um vier Folgen machen. Wie nehmt man das, wenn es gefruchtet wird, fragt er mich. Digga, da ist wirklich zu viel auf die Weidel gejetzt. Also ich würde... Ich würde eher noch Friedrich Merz vernaschen als die Weidel, Alter. Die geht wirklich gar nicht, Alter. Weil das ist wunderschön. Wie nehmt man das, wenn die gefruchtet wird? Guck mal, der Gauland, der passt nicht so gut. Weil der ist alt, sieht aus wie Göring ein bisschen. Und wenn er dann noch so ein paar von diesen Diss-Tracks wegballert, den kannst du halt nicht verteidigen. Er sieht einfach aus wie Göring. Genau, was halt wichtig zu verstehen ist für den Hörer, der jetzt da reinhört und denkt, hey, warum glorifiziert Salim ist diese Weidel? Er redet nur von dieser Hülle, von dieser großen, blonden Frau, die anscheinend sein Typ ist, ohne die Ingredients. Aber das Ding ist halt, dass das ja fast schon Marketing ist, so jemanden da hinzustellen. Weil die würde so ein normaler Bürger, so ein Wutbürger eher wählen, der nicht rechts ist, als diesen verfickten Standartenführer von Gauland. Der Gauland sieht ja aus wie ein Nazi. Mit seinem komischen... Ja, kann sein. Der hat ja sogar die Outfits von früher. Es ist auch so, als wenn der mit dem Nürnberger-Prozess vorbeiläuft, kann sich nochmal hinsetzen, bitte auf den Ort, wo Göring gesessen hat. Das würde auch vom Baujahr ungefähr passen. Ja, das ist halt heftig. Gauland. Er heißt sogar, Gau ist im Namen, Alter. Gauleiter. Ist sogar im Namen. Gauland. Er ist doch Gaulandleiter. So, das ist heftig. Wie heißt der mit Vornamen? Gauland. Wie heißt der mit Vornamen? Das juckt mich wirklich null, dieser Lixer. Genau, aber ich meine, der Name ist sehr ungünstig gewählt. Es wird nur noch, dass Göring-Eckardt dahin wechselt, dann hältst du eine Traumspitze. Göring-Eckardt-Gauland. Aber deswegen, Leute, seid auf jeden Fall vorsichtig, dass ihr den Menschen nicht, das Menschensein aberkennt, nur weil sie jetzt... Ja, das kommt immer auf den Menschen, finde ich. Ich finde, so Hitler kann man schon das Menschensein aber kennen. Ja, aber sie dürfen nicht so wie Marvin sagen, Leute, dass wenn jemand nicht mit euch über eine Meinung ist, ist, dass sie dem direkt das Menschsein aberkennt. Wie mir das in den Mund legt, dieser Baster. Über 100 Jahre hat das zu schlimmen Ereignissen geführt, aber der Marvin, der lernt nicht von seiner Geschichte. Von meiner Geschichte. Aber es ist ja auch am 8.8. hat der Geburtstag, Leute, deswegen müsst ihr so ein bisschen distanzieren, was Marvin sagt. So 8.8. Einschüsse sind auf jeden Fall nah dran, glaube ich. Das ist halt sehr, sehr schwer. Aber, ähm... Müsst du auf jeden Fall. Ist die Folge jetzt eigentlich vorbei, oder? Wie viel Scheiße willst du noch aus deinem Hirn rauszapfen? Sehr gerne, Leute. Ihr müsst wissen, ihr müsst wissen, ihr müsst wissen. Wir haben 5 Uhr morgens fast, wir haben die ganze Nacht hier durchgebettelt wie die letzten Ochsen, Alter. Also, rei. Guck mal, du bist ja lieb schon, dass du Jason in den Augen hast, wenn du an diese Demagogin denkst, Alter. Ich war wirklich, ich habe auch so dran gedacht, so, es gibt so Momente, so in Frankfurt teilweise, ich hatte so Solo in Frankfurt, wirklich vielen, vielen Dank an alle, die da waren. Ich habe sie hochgeladen, und da war so ein Typ, der hieß Kalkan. Ich denke, ich bin mein Leben und ich bin klargekommen, Alter. Ich war auf der Bühne. Aber kommt so ein Typ rein? Es war heftig, Leute. Es ist ja von meinem Leben nicht gepackt. Also, Kalkan, kann ich wirklich nur empfehlen, Leute. Schaut einfach das letzte Video, was ich hochgeladen habe. Ich glaube, das heißt Staatsbankrott durch Auslandshilfen oder so ein populistischer Titel. Alice Weidel hat mir einen Vorschlag gegeben, diesen Titel so zu machen. Und ich weiß wirklich, ich weiß wirklich, ich weiß wirklich, das schätze, Leute. Und das Wichtigste ist, Leute, wirklich im Gegensatz zu Marvin, also sehe ich jeden als Mensch an und so. Und das Wichtigste ist, Leute, wenn ihr mit jemandem nicht übereinstimmt, dann ist das der richtige Moment, mit denen einen Diskurs zu gehen. Weil nur so kann sich die Menschheit weiterentwickeln. Aber der Marvin will sich natürlich töten. Aber wenn ich sie töte, du bist so ein Bastard, mir das die ganze Zeit so reinzuschieben. Also, wenn einer offen für Diskursen, für verschiedene Meinungen ist, denn ich, Keprin, ich bin nur nicht offen dafür, die Weidel zu ficken. Du verwechselst dann so drei, vier Sachen. Doch, man muss schon von der ersten Keprin. Weil ansonsten, Keprin, also das Wichtigste, was ihr aus dieser Folge rausnehmen könnt, ist, ihr habt gerade gesehen, wie gefährlich es ist, in Deutsch Sachen zu googeln. Sehr gefährlich. Immer Englisch nutzen. Weil Englisch ist halt so geil, weil die Sprache wird genutzt von Ländern, die gegenseitige Stellungen einnehmen. Verstehst du, was ich meine? Weißt du, was ich meine? Also, Englisch ist so grandios. Weil Deutschland hast du nur Deutsch, Österreich, Schweiz. Noch ein bisschen. Die haben ja alle ein, mehr oder weniger ein Ding. Österreich gehört doch zu diesen Top Ten der Crackies, die abgestimmt haben. Nein, das waren nicht Top Ten der Crackies. Österreich war doch auf der Liste von diesen zehn Crackländern, die abgestimmt haben mit Nauru. Ja, ja, aber das hat nichts mit Crack zu tun. Das war einfach nur der Österreicher, der glaube ich, ich glaube, beim Österreicher, ganz ehrlich, Leute, wirklich an Österreich, ich würde die nicht dissen oder so, ich glaube, ich kann mir einfach vorstellen, dass der Ami oder einer von Nauru die so an den Achseln gekitzelt hat. Österreich auch. Nein, das kann es nicht wahr sein. Das hat es mein Beidl um die Hüfte, dass sie mich jetzt dort reingekrabt hat. Da guckt man diese Liste von Ländern an. So werden wir es niemals in die Top Ten den meist touristischsten Länden schaffen. Österreich ist sogar genau auf der Zehn. Genau, aber weißt du, was ich auch witzig finde bei diesen UN ist, wenn die sich drehen, die sind ja immer, die sind ja immer nach Alphabet sortiert. Das heißt, Russland sitzt ja neben Schweiz. Das heißt, das ist ja immer alphabetisch. Weißt du, was ich meine? Ja, ja. Das ist ja heftig, dass der Putin oder wer auch immer da sitzt, nebendran ist der Schweizer. Das ist ja hart unfair, weil dann redest du ja natürlich die neben dir sind. Kannst du sagen, hey, mach das doch das und das. Okay, machen wir. Die Frage ist natürlich, hat Nauru einen eigenen Sitz überhaupt verdient? Wenn ich dieser UN-Typ, würde das nicht so abstimmen lassen. Du kannst dir die Nauru nicht neben Neukaledonien. Namibia. Ja, okay. Das sind schon eine gute Gesellschaft gebringt. Das weiß schon alles. Auf jeden Fall, bestellt AG1. Das ist wichtig, Leute. Trinken, bitte. Podcast unterstützen. Denkt dran, Mensch ist Mensch, Leute. Mensch ist Mensch. Da gehe ich sogar mit dir. Mensch ist Mensch. Genau, egal was für eine Ansicht er hat. Fast, ja, aber im Großen Gerzen. Achter, Achter, nicht vergessen. Achter, Achter. Können wir zum Geburtstag gratulieren. Genau, könntest du ihm gratulieren. 8-8. Der Marvin nimmt nur, äh, nimmt nur. Wer sich rechnen will für diese SS-Jacke, ne? Er ist so ein Wichser. Ey, vielen Dank. Wer sich für die SS-Jacke rechnen mit meinem Geburtstag, du bist so ein Hurenbock. Die nächste Folge ist auf jeden Fall in, äh, Weihnachten. Die nächste Folge ist Heiligabend, hören wir uns dann. Müssen wir auch uns irgendwie zusammensetzen, dann wenn wir gegessen haben, Leute, aber erwartet da nicht zu viel von uns bei der Heiligabend-Folge. Es wird richtig ein Hirnschiss, weil, äh, wie gesagt, Weihnachten ist immer sehr schwierig, aber wir sind der einzige Podcast, der Weihnachten sendet. Und deswegen, Leute, müsst ihr auf jeden Fall alles angucken. Ich bin so müde, lass PNG. Das war's Vitamin X. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal.